Neuer Tag und neues BVB-Video. Heute geht es nochmal um Jürgen Klopp und über die Stimmen, die so an sozialen Netzwerken abgegangen sind in den letzten Tagen und Stunden. Denn Jürgen Klopp war auch am letzten Tag noch in den Trends, teilweise sogar auf Platz 1 in den Trends in Deutschland und die Leute waren not amused und ich habe auch eure Kommentare gelesen und gebe euch auch recht, es ist enttäuschend, es ist irgendwie traurig. Mich trifft es jetzt nicht ganz so sehr wie manche von euch, weil wie gesagt, ich hatte das in meinem Statement, was 21 Minuten geht, auch ausführlicher erklärt, dass vor Jahren bei mir schon das passiert ist, was jetzt vorgestern, muss man ja schon sagen, bei einigen wegen Klopp passiert ist. Dass diese Fußballromantik in einem eigentlich schon seit Jahren gestorben ist und man eigentlich sich damit abgefunden hat, dass es einfach sich so immer mehr ins Schlechte verändert. Denn so deutlich muss man das sagen, die Entwicklung vom Fußball haben mir in den letzten 10 Jahren insgesamt, wenn nicht sogar in den 20 Jahren, nicht wirklich gefallen. Ich fand die letzte schöne WM war 2014, also nicht nur wegen dem Ausgang, sondern ja, weil das war Fußball, das war ein Fußballland, das hat Spaß gemacht und das sage ich trotz dessen, ja, mein Vater noch während der WM dort verstorben ist, trotzdem war das irgendwie so eine total emotionale Achterbahnfahrt für mich und ein Mitzittern dann mit Deutschland. Und ich habe immer gesagt, das 7 zu 1 haben sie für meinen Vater geschossen, ja, dieses legendäre Spiel, ein verrücktes Spiel, was ich so auf dem Niveau noch nie gesehen habe in der Form. Auf der einen Seite total verstörend mit dem 7 zu 1 Sieg von Deutschland und den Tränen der Brasilianer. Auf der anderen Seite die Vendetta für 2002, die ich mir sehr gewünscht habe damals. Ich habe Schreien vor dem Fernseher verbracht und jeden Ballbesitz von Deutschland abgefeiert und jedes Tor und habe mich kaputt gelacht über diese Situation und war fassungslos dann über dieses Ergebnis und habe mich tierisch gefreut. Und ja, das nach so einem Schicksalsschlag, einem persönlichen, ja, mit dem Verlust des eigenen Vaters, der auch großer Fußballfan war. Und das war eine verrückte Zeit und das war so, finde ich, nochmal so ein schöner Moment, den ich nie vergessen werde, der irgendwie für mich dann irgendwie auch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Danach ging es dann aber immer mehr bergab. Die Turniere wurden immer aufgeblähter, ob das jetzt bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft oder auch jetzt bei der Champions League ist. Es wird teilweise am Modus rumgedoktert, es wird verschlimmbessert. Es gibt dann plötzlich noch die Conference League oder die Nation League. Es muss immer noch mehr Spiele und noch mehr Spiele geben, bis man nicht mehr kann und sich dann auch teilweise fragt, brauchte man das? War das nicht irgendwie in den 90ern oder auch in den 2000ern oder früher schon genug? Hat das nicht dann auch dadurch irgendwie den Sport so besonders gemacht, dass man gemerkt hat, okay, die WM geht in ein Land, was mit Fußball noch was zu tun hat? Oder auch die Europameisterschaft wird in ein Land gegeben, was auch noch, was mit Fußball zu tun hat. Klar, zuletzt war es in Deutschland, die EM, aber die wurde mir auch schon irgendwie im Vorhinein versaut. Also ich konnte mich daran gar nichts zu erfreuen und als ich mich dann angefangen habe, daran zu erfreuen, sind wir ja beschissen worden. Das ist ja nun nachweisbar ein Fakt gewesen, dass wir dort mit diesem Handspiel beschissen wurden. Das hat ja die UEFA selbst zugegeben und dann fragt man sich dann halt auch, was ist mit dem VAR, der extra dafür eingeführt wurde, um Gerechtigkeit zu bringen. Warum wird er dann in so einem wichtigen Spiel nicht verwendet, dieser Joker, den jeder Schiedsrichter hat? Das kann keiner mehr erklären, es geht wirklich nur noch um Geld. Mir kam es auch von vornherein so vor, als sollte Spanien nochmal Europameister werden. Also mir kam es wirklich so vor, als sollte das so, das war von Anfang an auch von der Presse so hoch gejubelt worden, das Team. Auf der einen Seite verständlich, weil sie auch mit dem besten Fußball gespielt haben, aber an dem Tag gegen Deutschland waren sie schlechter und hätten eigentlich verlieren müssen. Dabei bleibe ich. Aber nun gut, ich komme hier von einem zum anderen, wollte jetzt nochmal kurz in zwei, drei, vier, fünf Minuten erklären, warum ich diese Fußballromantik sowieso schon abgelegt hatte. Und mich hätte Klopp nur noch mehr treffen können, wenn er zu Bayern gegangen wäre. So kann ich mit diesem Head of Football Global bei RB mit leben, auch wenn ich das natürlich eine sehr, sehr fade Geschichte finde und auch enttäuschend. Allerdings kann ich damit noch eher leben, als jetzt der Trainerposten beim FC Bayern von Jürgen Klopp. Das hätte ich mir irgendwie nicht vorstellen wollen. Oder dort im Management, in Hoeneß dort noch ablösen oder keine Ahnung wie. Aber nun gut, kommen wir jetzt mal zu der ganzen Kritik und zu Jürgen Klopp direkt. Dass Jürgen Klopp sich wohlwissend, da schreibt ja ein User, der ja auch relativ viele Likes so bekommen hat, dass er nun bei AB einsteigen wird, vor wenigen Wochen im Rahmen des Abschiedsspiels derart beim BVB inszeniert hat, nämlich ihm richtig übel. Das gehört sich einfach nicht und das ist ein Schlag in die Fresse für jeden Fan. Einen Legendenstatus ade. Und er geht hier wirklich in so eine Richtung und sagt straight, der Legendenstatus ist im Eimer. Von the normal one zum Dosenmann hatte ich ja beim letzten Video schon getitelt. Und ja, man muss sagen, das sehen viele von euch so und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde es auch schade, dass dieser Deal wirklich schon recht lange festgestanden haben soll. Und das berichtet jetzt die Medienwelt, dass das schon seit Jahren wohl feststand. Dann kriegt das natürlich alles so sein Geschmäckle, muss man ganz deutlich sagen. Und dann versteht man natürlich auch irgendwie nicht, warum jetzt diese riesige Show, was soll das? Dann geht es hier weiter. Ich lese jetzt hier nochmal so zwei, drei Stimmen unter dem Post hier vor. Hier die Top Comments lese ich hier nochmal vor. Das eine hat doch überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Also es gibt ja auch durchaus Leute, die das so ein bisschen noch verteidigen. Es war vor zehn Jahren Trainer beim BVB. Das ändert gar nichts an der Zeit und seinem Erfolg. Er wird doch nicht mal Trainer von Leipzig oder steht sonst irgendwo an der Seitenlinie. Also irgendwann ist es auch mal gut. Kann ich auch nachvollziehen. Also viele sehen es auch so. Manche verstehen sowieso die Aufregung nicht. Ich muss auch sagen, dass jetzt für mich der Legendenstatus persönlich nicht weg ist. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er dem BVB so geholfen hat und dem BVB wieder in die Spur gebracht hat. Ohne Klopp wären wir jetzt nicht dort, wo wir sind. Dass wir dort jetzt auch plötzlich wieder Transfers stemmen können, die Richtung 30 Millionen gehen. Dass wir regelmäßig in der Champions League waren. Dass wir Titel geholt haben. Das war ja vor Klopp undenkbar. Da waren wir im Mittelfeld der Liga abgerutscht. Und das muss man ja wirklich sagen, das haben wir ihm auch zu verdanken. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht sehen, dass jetzt sein Legendenstatus im Eimer ist. Ich finde nur die Entscheidung irgendwie unverständlich. Ich hätte mir halt eher gewünscht, dass er halt zum BVB kommt in irgendeiner Form. Aber na gut. Dann geht es hier weiter. Klopp wurde eingeladen und hat sich in seine Art eingebracht. Dummes Zeug. Er hat alles für den BVB getan. Und das hat sich auch nicht geändert. Jetzt hat er halt bei den Dosen einen Job. Und keiner braucht mehr hoffen, dass er zum BVB zurückkommt. Und manche sehen das auch mittlerweile so, dass die Menschen, wie soll man sagen, in Dortmund jetzt nicht mehr von Klopp großartig mehr reden werden. Und das vielleicht auch eine Chance für uns sein kann, dass jetzt nicht mehr endlich in dieser Nostalgie immer gefahren wird. Und wir immer wieder darüber nachdenken, Mensch, was wäre denn jetzt mit Klopp, wenn der nochmal Trainer wird? Ich hatte ja auch die Gedanken. Oder ja, früher war alles besser. So nach dem Motto, wie ich ja heute hier in diesem Video eigentlich auch schon fünf Minuten so monolog gehalten habe, dass früher alles besser war. Man kommt sich wirklich teilweise wie so ein Greis schon vor, der mit 90 vom Leben philosophiert und sagt, wie schlimm doch heutzutage alles ist. Wie bei den Muppets in der Muppets Show die beiden alten Herren, die da irgendwie in der Loge sitzen und nur am Meckern sind. So kommt man sich ja manchmal auch schon hier vor in meinem Format, hier in meinen Videos. Aber na gut, dann geht es hier weiter. Heute wird der Bums noch verbrannt. Dann gehen wir mal in die wirklich direkte Beschimpfung über, beziehungsweise das Ende, das Band, was bei vielen Fans auch zerschnitten ist. Wo man auch sagen muss, ist das jetzt hier vielleicht auch ein bisschen übertrieben von dem User oder seht ihr das vielleicht sogar ähnlich. Dann gibt es auch sehr viele Memes auf Kosten von Jürgen Klopp, weil, wie gesagt, der Legendenstatus ist teilweise wirklich ins Bröcken geraten. Eine gewisse Komik hat das Ganze. Und was ist jetzt hier gemeint? I'm running out of energy. Und dann geht er zu RB. Red Bull verleiht Flüge und der Energy Drink Konzern. Es ist irgendwie eine gewisse Komik hat es durchaus. Ich würde trotzdem mich nie in die Richtung bewegen wollen, dass ich mich über Jürgen Klopp und seine psychische Gesundheit oder generell seine Gesundheit lustig machen wollen würde. Das würde ich auch mir verbitten in den Kommentaren, sowas als ernst zu nehmen. Und wenn er sagt, als wirklich Mensch, der auch voller Energie auch einen Job immer angetreten ist und uns auch sehr geholfen hat, dann gebührt das irgendwie auch die Erziehung, dass man dort dann nicht sich drüber lustig macht. Ja, ich habe es jetzt einfach hier mit reingenommen, weil es natürlich auch solche Memes jetzt gibt. Und wie gesagt, eine gewisse Komik hat das durchaus, kann ich nachvollziehen. Ich würde aber jetzt nicht hinterfragen, weil das haben auch schon manche getan, ob er jetzt irgendwie psychisch wirklich was hatte oder nicht. Wenn er diese Pause gebraucht hat und wirklich sich nicht wohl gefühlt hat, dann möchte ich das hier nicht infrage stellen, weil so viel Anstand gehört sich, finde ich. Dann geht es hier weiter. Wegen Jürgen Klopp und Red Bull waren die vergangenen Tage extrem anstrengend. Dass Fans den Klub hier verteidigen, ist ja mittlerweile geschenkt. Aber dass Außenstehende Unabhängige mit Narrativen um sich werfen und so Sportswashing betreiben, ist echt besorgniserregend. Also könnt ihr auch mal unten reinschreiben, ob ihr das vielleicht auch so ähnlich seht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier erstmal mein Wort zum Freitag für euch. Lade das jetzt hier einfach Uncut für euch hoch und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Bis dann und ciao, ciao.